Reisen. Das bedeutet für mich und viele andere von uns ein großes Gefühl von Sehnsucht und Freiheit. Tatsächlich aber passiert es doch ganz oft. Wenn wir uns dann auf die Reise begeben, finden wir uns in einem To-Do-Modus wieder, wo es nur darum geht, möglichst viele Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten abhacken zu können, die möglichst Instagrammable sind. Mir ist es auch so ergangen. Es war nicht mehr die Freude und die Neugier, die mich antrieben. Es war mehr die Angst, dass die sich immer schneller drehende Welt an mir vorbeizieht. Bereits zu Hause in meinem Arbeitsalltag hatte ich das Gefühl, dass die Aufgaben immer komplexer und die Anforderungen an mich immer größer werden. Zeiten für Ruhe und Durchatmen war da immer seltener. Meine neueste Reise wollte ich so nicht angehen. Ich wollte nicht nur Eindrücke sammeln, sondern ich wollte mir auch gezielt Zeit nehmen, um die Erlebnisse wirklich wahrzunehmen. Ich wohne und lebe hier gerade bei einem japanischen Farmer für drei Wochen und helfe dem tatsächlich auf dem Feld. Und das ist wahrscheinlich das Erste, woran man denkt, wenn man nach Japan reist. Dass man jetzt hier irgendwo in der Vorstadt jemandem hilft bei der Farmarbeit. Man denkt dann wahrscheinlich eher an die Großstädte, wo es dann doch sehr viele Eindrücke auch gibt. Und ich war da auch sehr gerne unterwegs, auch in Osaka, in Tokio. Aber es ist trotzdem nach einer Zeit einfach sehr, sehr, sehr viel. Denn natürlich gibt es viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Geräusche, viele verschiedene Eindrücke einfach, die man irgendwie verarbeiten muss. Und hier ist das Ganze ein bisschen reizarmer, aber nicht weniger reizvoll. Möglichst viel neuer Input und Adrenalin in kurzer Zeit, das ist also nicht das Ziel vom Slow Traveling. Hier geht es darum, einfach mal Tempo rauszunehmen, Pläne loszulassen und einfach mal zu schauen, was kommt da eigentlich auf einen zu. Ich glaube, man kann dann auch eine ganz andere Dankbarkeit entwickeln, wenn man einfach mal an einem Ort zum Beispiel bleibt für längere Zeit. Wenn man es mal schafft, den ganzen Alltag nicht vollzuballern und den ganzen Tag schon durchzuplanen, sondern sich auch die Zeit nimmt, vielleicht mal für den Spaziergang, vielleicht einfach mal mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren und einfach mal mit scharfem Blick zu schauen, was passiert hier eigentlich. Dann wird man wie auch zu Hause ganz viele tolle Dinge entdecken und auch Details, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Die kleinen Details, wenn du durch die Nachbarschaft hier fährst und vielleicht irgendwelche skurrilen Figuren siehst oder spannende Menschen kennenlernst oder irgendwelche Tiere, Schildkröten im Wasser, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Das sind Dinge, die kannst du von zu Hause aus eben nicht planen. Und ich bin ehrlich mit euch, zum Anfang ist mir das unheimlich schwer gefallen, langsam zu reisen, weil das fühlt sich ja irgendwie komisch an. Du bist jetzt gerade irgendwie in einem anderen Land, hast da auch Geld gespart, jetzt auch Geld gezahlt dafür, dass du vielleicht irgendwie hier bist und dann willst du natürlich das Maximale rausholen. Und deswegen war da auch zum Anfang so eine innere Spannung, vielleicht sogar leere, wo ich nicht so recht wusste, wie ich die jetzt füllen soll. Und in dieser Leere, in diesem nicht genutzten Raum, würde man ja sagen, einen Sinn zu finden, das hat etwas ganz Spannendes in mir ausgelöst. Und zwar bin ich jetzt fest davon überzeugt, dass wir nicht immer sinnlos unsere Zeit verwenden müssen, sondern auch sinnvoll unsere Zeit verschwenden können. Genau dadurch entstand ein ganz neuer innerer Raum für Klarheit und Inspiration und auch gewissermaßen einen Fokus auf das, was mir als Mensch wichtig ist. Wahrscheinlich sagst du jetzt, ja, okay, klingt ja erst mal ganz nett, was er da erzählt. Wie setze ich das denn jetzt eigentlich um in der Praxis? Genau da musste ich auch schon was lernen in den letzten drei bis vier Monaten. Und deswegen möchte ich dir jetzt im Folgenden ein paar, ja, hoffentlich für dich hilfreiche Tipps mit an die Hand geben, damit du auch deine nächste Reise ein bisschen entspannter angehen kannst und ja, vielleicht dann auch mit dem Ergebnis, dass sie nachhaltiger wirkt für dich am Ende. Los geht's! Erstens, nimm dir Zeit. Auch wenn es nicht immer möglich ist, Slow Traveling funktioniert natürlich dann am besten, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, mehrere Tage, vielleicht auch mal Wochen an einem Ort zu sein und wirklich diesen einen Ort auch mal zu erkunden. Und das kann zum Beispiel per Fuß sein, das kann mit dem Fahrrad sein, einfach mal Pfaden zu folgen, Wegen zu folgen, ob in einem Dorf, in einer Stadt oder in der Natur, denen du vielleicht sonst nicht folgen würdest, die nicht irgendwo bei TripAdvisor gelistet sind, sondern die du ganz für dich selbst entdecken kannst. Und für mich auf meiner Asienreise bislang sind da vielleicht auch sogar mit die intensivsten Momente entstanden. Wenn man zum Beispiel mit dem Roller unterwegs war und eigentlich war man auf dem Weg von einer Höhle zum nächsten Wasserfall, aber auf dem Weg ist man durch ein Dorf gefahren und da haben die Kinder gespielt auf dem Bolzplatz und haben gewunken und die haben sich so gefreut, dass man einfach mal kurz anhält und sagt, ja, jetzt spielen wir einfach mit dem mal eine Runde. Das sind die schönen Momente und die muss man eben zulassen können. Bei diesem ersten Tipp geht es eigentlich darum, nimm dir Zeit, um wirklich mit dem, was du erlebst, was du siehst, in Resonanz treten zu können. Zweitens, plane nicht zu viel. Ich bin ehrlich mit euch, Planung ist das, woran ich am wenigsten Spaß habe, wenn es um das Reisen geht. Diese lange Vorbereitung, dieses Recherchieren, dieses Buchen, Vergleichen. Deswegen, allein aus diesem Grund, stürzt euch rein ins Abenteuer. Und ich glaube, es ist auch einfach mal schön, wenn man eine Reise plant, nicht jeden Tag durchgetaktet zu haben, sondern nehmt euch auch einfach mal ein paar Tage und schreibt wirklich mal rein, nichts. Oder Abenteuertag oder Lust- und Launetag. Ein Tag, wo ihr einfach das machen könnt, wonach euch gerade ist und wonach ihr euch gerade fühlt. Und da entstehen natürlich auch Momente, mit denen man nicht gerechnet hat, die nicht planbar sind, die auch Flexibilität erlauben. Wenn du zum Beispiel merkst, wow, ein Ort, der gefällt dir richtig, richtig gut, das wusstest du aber vorher noch gar nicht und hier möchtest du eigentlich noch ein bisschen länger bleiben. Genauso natürlich Bad-Case-Szenario, wenn du irgendwo eine Woche eine Unterkunft gebucht hast, aber hier ist es nicht so doll. Drittens, Reise ohne Internet. Versuch mal, mit so wenig Internet wie möglich zu reisen. Denn ich habe das ganz oft, wenn ich auch alleine unterwegs bin, dass ich dann doch dazu tendiere, mal auf Social Media unterwegs zu sein. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ja vor Ort sein, präsent sein und das gelingt mir nicht, wenn ich ständig das Handy zücke. Habe ich aber gar kein Internet, dann komme ich auch gar nicht in die Versuchung. Jetzt ist es natürlich so, wenn man in den meisten europäischen Ländern reist, durch das EU-Roaming, ist es sowieso möglich, dass du Internet auf deinem Handy hast. Aber wenn du in andere Länder außerhalb der EU, Norwegen, Lichtenstein und so weiter reist, dann wird es schwieriger. Dann musst du dir eigentlich normalerweise eine Prepaid-SIM holen. Und nimm das mal als Challenge. Das nächste Mal, wenn du also weiter weg reist, hol dir mal keine SIM. Sondern versuch mal nur mit dem WLAN vom Hostel, vielleicht vom Hotel, vom Café und mit dem öffentlichen WLAN zurecht zu kommen. Und tatsächlich kann ich dir sagen, die letzten drei Monate bin ich in Thailand gewesen, Laos, bin über Kambodscha nach Vietnam gereist. Bis hier, bis nach Japan, habe ich es geschafft, ohne mir jemals eine SIM-Karte zu holen. Ich muss zugeben, manchmal war es ein bisschen schwieriger, vor allem, wenn es um den Transport von A nach B geht. Aber du kannst dir bei Google Maps oder bei Maps.me kannst du dir sehr, sehr gut die Karten runterladen. Hast also die Offline-Karten zur Verfügung und brauchst dann das Internet eigentlich gar nicht. So habe ich es immer gemacht und bin jetzt noch hier. Mal gucken, ob ich es auch zurückschaffe nach Deutschland. Aber das ist möglich und hilft dir vielleicht auch, vor Ort noch präsenter zu sein. Viertens, alternative Fortbewegungsmittel. Bei den meisten geht es darum, möglichst schnell auch von A nach B zu kommen. Und hier haben wir natürlich mit dem Flugzeug auch eine richtig, richtig gute Möglichkeit, sehr schnell in einem anderen Land sein zu können. Jetzt ist das Flugzeug bekanntlich nicht die beste, nachhaltigste Option und doch greifen wir immer sehr oft darauf zurück. Ich leide auch. Trotzdem ist es durchaus mal eine Überlegung, zum Beispiel zu schauen, wie kann ich von A nach B reisen, ohne vielleicht das Flugzeug zu benutzen. Wäre da jetzt nicht gerade ein gewisser Konflikt in Europa, hatte ich auch überlegt, von Japan mit dem Zug über Russland zurückzufahren, mit der Transsibirischen Eisenbahn. Und dann bist du wirklich zehntausende Kilometer unterwegs, auf dem Landweg. Und das kann ja auch mal sehr, sehr, sehr spannend sein. Und die Transsibirische Eisenbahn übrigens das perfekte Fortbewegungsmittel für Slow Traveling. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Ob das zum Beispiel Zug ist, ob das Busse sind, vielleicht auch Nachtbusse, von manchen geliebt, weil schön günstig, von anderen verhasst, weil der nächste Tag am Arsch ist. Übrigens, wenn du dich für den Bus entscheidest, wirst du wahrscheinlich meistens auch etwas günstiger fahren, als wenn du auf den Zug oder das Flugzeug zurückgreifst. Und da wären wir auch schon bei dem nächsten Punkt, nämlich den Kosten. Ich bin wirklich glücklich, sagen zu können, dass ich in meinem Leben bislang noch nie so richtig finanzielle Sorgen hatte. Ich war mir eigentlich immer der Unterstützung meiner Eltern sicher, auch während des Studiums, auch wenn ich jetzt schon seit zwei, drei Jahren unabhängig, also finanziell unabhängig von meinen Eltern bin. Während des Studiums habe ich Stipendien erhalten. Also es war nie so richtig, richtig knapp. Und das heißt, ich konnte auch mir schon während des Studiums den einen oder anderen Euro beiseite legen. Und vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, als ich unternehmerisch tätig war, konnte ich doch ein bisschen was sparen, dass mir das jetzt ermöglicht hat, auch für längere Zeit nochmal auf Reisen zu gehen. Trotzdem muss es nicht sein, dass Slow Traveling zwangsläufig teuer sein muss oder dass es sogar teurer ist, als wenn man nur für kurze Zeit unterwegs ist. Ich würde sogar vielleicht sogar sagen, ein bisschen im Gegenteil. Warum ist das so? Zum Beispiel, es soll jetzt als nächstes nach Sizilien gehen. Und da bin ich für zum Beispiel anderthalb Wochen, weil ich habe gerade nicht so viele Urlaubstage oder ich habe schon den Urlaub verbraucht. Dann habe ich ja den Flug, dann habe ich Transportkosten, ich habe Unterkunftskosten. Und pro Tag gerechnet ist der Tag in Sizilien in diesen anderthalb Wochen ja teurer, weil der Flug ja noch mit eingerechnet wird, als wenn ich zum Beispiel für einen Monat in Sizilien bleibe. Auch wenn vielleicht die Netto-Kosten etwas höher sind, sind sie im Verhältnis, also auf den Tag runtergerechnet, vielleicht niedriger. Auf Airbnb zum Beispiel ist es so, dass du auch einen Monatsrabatt bekommen kannst bei vielen Unterkünften und da dann pro Tag eben auch nochmal sparst. Wenn du an einem Ort bleibst, hast du nicht so viele Transportkosten. Ich habe Leute auf meinen Reisen getroffen, die haben innerhalb von zwei, drei Wochen ganz Südostasien bereist. Wie teuer das eigentlich ist, wirklich dann zwei Tage nur an einem Ort zu sein, dann direkt wieder in den Bus, direkt in den Zug, in den Flieger. Das sind natürlich unheimlich hohe Kosten. Wenn dich das Thema Reisefinanzieren interessiert, dann klicke auf jeden Fall hier oben einmal. Da habe ich nämlich schon ein Video zu gemacht. Okay Leute, ich bin aber ehrlich mit euch, ich bin wahrscheinlich noch nicht das Paradebeispiel für einen Slow-Traveller. Ich weiß nur, dass mir das sehr wichtig ist, habe glaube ich einen ganz guten Mittelweg für mich jetzt in den letzten drei, vier Monaten gefunden hier auf Reisen. Hin und wieder stürze ich mich einfach gerne nochmal ins Abenteuer, düst mit dem Roller, ein paar Tage durch die Gegend und habe dann auch Action. Aber ich brauche dann auch wieder die Tage in Ruhe für mich, wo ich ein bisschen das ganze Revue passieren lasse. Das heißt, das ist so ein bisschen mein Weg, den ich gefunden habe. Am Ende müsst ihr euren eigenen finden. Bin gespannt. Berichtet gerne mal von euren Erfahrungen. Geht ihr vielleicht Reisen jetzt auch anders an? Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere wirklich gerne meinen Kanal. Es wird hier noch viel um das Thema gehen. Slow, Living, Reisen. Wie geht man eigentlich sein Leben an im 21. Jahrhundert, ohne dass man irgendwie den Kopf verliert? Ich schaue mir an, was sind verschiedene Lebenskonzepte, die auch funktionieren? Und wenn ihr Teil der Reise sein wollt, genau, bleibt dran, ich freue mich und dann sehen wir uns ganz bald wieder im nächsten Video. Dein Dennis. Bis zum nächsten Mal.